Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Banjo-Tui. Ich sehe gerade da oben ein bisschen Cheeto-Seite. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ey. Wie ich da hinkommen soll. Ich könnte mir eine Sache vorstellen. Warte mal. Die möglicherweise klappen könnte. Und zack. Ne. Ich hätte gesagt, das hätte klappen können. Ne. Das geht nicht. Ich dachte, ich könnte da irgendwie hochhechten, aber... Nope. Gut. Erkunden wir weiter die Meeres-Tiefen des Spieles. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da hoch sind wir, glaube ich, noch nicht gegangen. Oder? Oder kam ich von da? Warte, ich kam von... Von da kam ich. Dann gehen wir einfach mal hier rein. So, dolle. Seetang Sanctuarium. Okay. Gibt es Seetang? Moment mal. Okay. Okay. Doch nicht. Ich hätte gedacht, das ist die Lösung. Oh. Was passiert hier? Oh Gott. Ich glaube, dafür muss ich Kazooie sein. Weil Kazooie springt höher, als wenn wir zusammen sind. Ja. Das muss ich tatsächlich sein. Okay, das merke ich mir schon mal. Hier muss ich jetzt Kazooie rein. Ich glaube, einen so einen Tempel haben wir noch. Danke. Dafür. I blali. Oh Gott. 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 So, das ist immer noch merkwürdiges Rätsel. Es muss doch irgendwann eine Lösung geben dazu. War ich jetzt da drin oder in dem anderen Ding? Das weiß ich jetzt nicht. Gleich mal gucken. Antike Schwimmbäder. Nee, hier war ich schon. Okay. 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 Dann haben wir das noch vor uns. Und diesen einen Durchgang. Und dann, keine Ahnung, wie wir das hier lösen. Vielleicht ist die Lösung in diesem großen Gebäude da drin. Auf jeden Fall erst mal. Und dann, keine Ahnung, wie wir das hier lösen. Okay. 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 Machen wir es halt so. Hä? Was? Irgendein großer Fisch? Vielleicht öffnet sich das auch erst. Warte mal. Wenn wir den Typen da oben erledigen. Keine Ahnung, warum ich das denke. Ah. Wo sind sie denn jetzt? Da ist einer. Oh. Das ist auch noch mal ein Wechsel gerade. Ha. Erstmal völlig austicken. Miau. Einmal. Wo ist der andere? Wo ist der? Ah. Jetzt habe ich den nicht erwischt. Ah. 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 Nee. Der spawnt wieder. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Gut. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade lösen soll. Die Reihenfolge hatte ich ja einigermaßen, aber vielleicht fehlt da ja noch was. Dann gehen wir mal hier lang. Einfach mal hier lang gehen. Hä? Oder ist das doch der Weg, den wir gekommen sind? Oh nein, komm. Geh doch da durch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Schneller. Schnell durch. Okay. Nee, das ist tatsächlich was anderes. Das ist nämlich ein Schifflein, das wir vorher noch hier nicht hatten. Vielleicht ist das das Schiff, das eben so verschollen ist. Ich hole mir hier mal eben explosive Eier. Nein, 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 komm. Und. Gut. Dass. ICH DINISO. DINISO. DINISO! 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 Wasserversorgung Ah, warte mal Ne Dann muss ich mehr auf Abschießen gehen Oh, warte mal Wir brauchen dafür die Oh, reicht das Mit den wenigen Eisäuern, die wir haben Ich hoffe, das sind nur vier Räder Ich weiß sie leider gerade nicht mehr genau Sonst haben wir ein Problem Ja, es sind genau vier Habe ich echt gut Glück gehabt So Hä, wo sind wir denn jetzt Ach, hier sind wir Oh, verdammt, genau die falschen auf Geholt Aber Moment mal Kann es sein Dass das dreckige Wasser von hier kommt Warte mal, gab es hier so ein Ding, das wir mit Kazui öffnen mussten Ich überlege gerade Kann gut möglich sein Das war auch, glaube ich, der Fall Dass es hier eins gab Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit Die sollten wir auch gleich mal nutzen Ich weiß nur leider nicht mehr, wo das war Da brauchen wir die Schuhe Die haben wir immer noch nicht Wo gibt es denn noch Wasserbecken Wo gibt es denn noch Wasserbecken Da drüben gibt es noch eins Und da gibt es einen Haufen Eier Da hole ich mir gleich mal ein paar Ach, geh mir doch aus dem Weg Feuer, aber auch mal nicht Die brauchen wir welche Da brauchen wir welche Und Eiseier brauchen wir Und zack Ja Das ist ja fast Gibt es hier vielleicht einen Durchgang Im Wasser Als ob da Ein kleines Wasserfluss Warte mal Ich habe mir mal ein paar Leben Sieht jetzt gerade nicht so gut aus Mit den Leben bei mir Es gibt hier auf jeden Fall Glaub ich eins Also ich erinnere mich an eins Sagen wir es so War das nicht sogar genau Hier? Ne, hier war es nicht Aha Komm und zack Passiert jetzt irgendwas? Ne Ich dachte das hätte jetzt irgendwas getriggert Ist aber nicht der Fall Na gut, gehen wir erstmal weiter hier Lang Die tiefen Weiten Dieses Tunnels Steinhagelgipfel Eisseite Da ist irgendwas Hier brauche ich einen Schlüssel Den Eisschlüssel Glaube ich Das passt genau dahin Den gab es im ersten Teil nämlich auch Und ich höre dahinter einen Globo Hm 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 Was ist hier? Anscheinend ein Eislevel Und da ist irgendjemand Eingefahren Okay Ich gehe mal nicht davon aus Dass ich das aufschmelzen könnte Aber dafür brauche ich den Eisschlüssel Keine Ahnung wo ich den herbekomme Auf jeden Fall Ein neues Kleines Räumlein Freigeschalten Ich wusste doch Es gibt hier irgendwas Es gäbe jetzt noch Vor dem Hex-Hex-Park Ein Ding zum öffnen Und Gab es am ersten Level Irgendwas damit? Ich glaube nicht Ne Muss ich wieder hier lang War hier nicht das Labyrinth drinnen? Also dieses Wasser-Labyrinth? Ne Jetzt bin ich wieder hier Okay Gut 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 Dann begeben wir uns doch einfach mal vor den Hex-Hex-Park Wenn wir jetzt eh schon hier unterwegs sind Und öffne das auch mal Und öffne das auch mal Und dann Oh, 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 oh. So Da haben wir auch nochmal so ein Teil Und zack Mal schauen, wo uns das hinführt Vielleicht finden wir ja da den Eisschlüssel Das war eigentlich perfekt Können wir uns diesen Glauber holen Ein anderer Grabbohrer-Tunnel Oh, Moment mal Heißt das etwa? Oh Das riecht mir doch ganz stark nach nem Battle Mit seinen blauen Augen Diener mit Rache gelisten, Klungo Oh nein, nicht du schon wieder Herrin hat gefragt, Klungo muss stoppen Und ich sonst noch mehr weg Von uns gibt's aber Ausschläge Nein, Klungo gesenkt dieses Mal Hat neuen Frank dabei Okay Oh, ein blauer Trank Mh, lecker Verdopplungstrank Wer ist der Richtige? Hatten wir das nicht das letzte Mal schon? Warte mal Der ist heller Kann es sein, dass es dann einfach der ist? Ich find's interessant, wie die die Kiege gemacht haben Weil die berechnen den Weg Also die Die tun so ein bisschen vorausahnend spielen Das mag ich immer Guck, ich lauf hier entlang Und der werft mir quasi jetzt direkt vor die Füße Ist ja nicht ganz cool So, wer ist der hellere? Na komm Bleib doch stehen So Wow Das war's jetzt schon Härtester Gegner EU West Ohne Witz Ich hab mich richtig angestrengt gerade Der hat Vogelabendkoko wieder besiegt Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein Mach doch Urlaub Weil ein Hirn braucht nicht viel Flonko holt sich mehr Pflege ab Dann ab Warte jetzt an neuem Trank Das sollst du mal machen Warte, wir kamen von da unten, ne? Ja Sieht ganz danach aus Dann gehen wir mal weiter hier lang Schauen wir mal, was es hier so gibt Wahrscheinlich ein neues Areal Davon gehe ich mal aus Hexerland, Ödland Ah, okay Hier ist auch dieses Dino Dingens Dino-Dingens, genau Und hier haben wir mal wieder Eine neue Fähigkeit Als ultimative Ei Kriegst du geschenkt Ein tickende Bombe Und auch noch ferngelenkt Oh Auch noch ferngelenkt, was? Das ist das alles Weckgetritte Ähm Moment Ach cool Durch Betätigen des 3D-Stoysticks Steuerst du die Bombe Und lässt sie Durchdrücken von B Detonieren Ach cool Warte mal Oh Ja gut Auf jeden Fall Hier mal wieder so ein Teil Könnten jetzt ins Dino-Land gehen Aber das lohnt sich noch nicht Aber wir wollen ja erst das andere Level mal Einigermaßen abschließen Hier geht es auch nochmal wo rein Okay Hier wird anscheinend mal was sein Auch ein Level Also es gibt hier eindeutig viele Level Sehr, sehr viele Ich glaube im letzten Spiel gab es 8 oder 9 Gibt es hier auch wieder so viele Oder gibt es hier mehr? Gewicht ist es nicht Gewicht ist es nicht, Leute Aber Mir gibt es noch einige Sachen Hier ist schon wieder ein Jinjo Ist das ein guter oder ein böser Jinjo? Oh Da gibt es zwei Sind die Beiseböse? Ne Nur einer Hehehe Okay Da muss ich irgendwie hochkommen Später mal Da rechts Da war ich gerade Da war ich gerade Sonst gibt es hier glaube ich gar nichts Okay Gehen wir mal wieder zurück Zu Der Hohenclippe Jetzt haben wir die Zeitbomben-Eier Mal sehen ob die uns noch was bringen können Ich hole mir auf jeden Fall hier nochmal ein paar Eiseier Oder nochmal das Was soll das auffüllen? Das ist ein ziemlich großes Ei Wahrscheinlich kriegen wir nicht so viele raus Wenn wir davon eins aufsammeln So Jetzt kann ich nochmal versuchen Das hier zu sprengen Äh Äh Mein Bild Äh Spiel ist einfach ausgetappt Okay Gut Gut Und hier haben wir die Trennplattformen Jawoll Ja gut ne Können wir vielleicht gleich mal vorbeischauen sollen Dann hole ich mir das erstmal bevor ich wieder runtergehe Warte ich brauche Ich brauche Kazooie Und Kazooie lernt jetzt das ausbrüten Sehe ich das richtig? Kazooie Kazooie Wenn du stärke dir hilft jetzt nicht mehr Zur Verteidigung halten die Flügel nun her Drücke B und du bürbelst mit ihnen herum So schickst du die Gegner ins Delirium Das ist dann alles Weggetritten Okay Ah cool Ah Oh ja Äh Nein, 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 nein Oh Hä Was war das? Hä Wenn man B drückt Hä Wie cool Gut Dann versuchen wir jetzt einfach mal das Ei auszubrüten Von dem Turtle Typen Wenn wir schon mal da sind Und gucken wir mal Das war ja hier gleich links Der Geheimgang Ich frage mich, ob ich schon mal so ein Übersehen habe Vielleicht gibt es mehr von den Geheimgängen In anderen Levels Aber Jetzt können wir jetzt mal hier Und zack Weg ey So, mal gucken, ob das jetzt geht Ich hab gehofft, das geht jetzt Gut, ich hab's versucht Leute Das soll's gewesen sein für die Part Also bis bald Und lasst dem Video gerne mal ein Like da Und wir sehen uns Beim nächsten Part Also bis bald Leute Und tschüss 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 moved propaganda